ja und damit herzlich willkommen zurück zu world of warcraft legion hier bei explorer.pe eine neue woche hat begonnen oder beziehungsweise ist auch schon fast wieder vorbei wir können weltboss machen das nehmen wir natürlich dann auch direkt in angriff der ist in wo waren der in dalaran bestimmt nicht explorer im hochberg da ist er das ist die frage wie kommen wir dahin von sturm heim aus ne nicht mal ansatzweise siehst du irgendwo ein flug ja doch die steinhof wacht ich möchte fliegen ja das wird dann wieder ein längerer flug tut mir leid du wirst jetzt wahrscheinlich sagen fliegt er ist hin und starte dann die aufnahmen ja aber ich will in der aufnahme eigentlich nur den weltboss zeigen wir nicht haben überhaupt noch abzeichen abzeichen zwei aber noch okay das reicht mir doch einmal würfeln und wir brauchen glaube ich 823 Schlachtzug Browser Prüfung der Töpferkeit 830 aber hier 825 da fehlen uns nur zwei punkte das heißt wenn wir bei ihm jetzt glück hätten und was gutes kriegen dann sind wir safe dann brauchen wir keine quäste mehr machen dann können wir nur noch lfr gehen und dann ist das let's play vorbei ich habe ja damals gesagt wenn man so lange bis wir lfr gehen beziehungsweise ich das einmal gezeigt habe obwohl ich dir da draußen wenn du ww spielst ja natürlich damit nichts neues zeige das kennst du alles schon aber kann man eigentlich auch sehen was die tropen die weltbosse gilde abenteuer führer dann schon schlachtzüge beute das sind legendäre sachen da kann man glaube ich nicht sehen aber wir haben auch artefakt wissen das kann ich glaube ich benutzen ja zweimal sollten wir machen wenn wir dann landen direkt bevor ich das wieder vergesse ja und bei dem einen teil weiß ich immer noch nicht äh wo waren das wenn man diesen quest starter gefunden gekriegt ne war doch was das oder war dieser fragment eines verderbten dieser startet ach die haben wir bereits begonnen okay wo ist denn das hilfe oder die zahltag sarte hoffnung fiasco zahltag das auger zahras smark meine traum so roma wasser war die jagd nach elidan können wir aber wir haben jetzt primär erst mal ein anderes jemand freund so wo soll man hin wir wollen zu ihm das war da hoch wahrscheinlich oder geht es hier hoch da geht es hoch ist ja auch dann da oben trug und der gefrorene da ist er macht die machen den schon okay wir ballern jetzt mit drauf aber so spät in den kampf einzusteigen bringt normalerweise kein glück weil ich denke schon dass die herrschaften von blizzard darauf achten dass hier nicht jemand kommt einmal nur drauf hittet und sich dann afg in die ecke stellt und wartet bis der boss gefallen ist aber egal auch denke ich irgendwas besonderes schmeißt irgendwas so bonuswurf und gold ja das ist da war mir schon klar aber wieso drücke ich immer i das ist ein anderes spiel so wie es mal eben ich schreibe mir mal eben den namen auf wie hieß er drugon drugon der frostblütige könnt ihr natürlich jetzt noch mal machen bei dem bonuswurf kann man doch glaube ich immer machen oder sogar mal und schnapp noch eine gruppe finden versuche es wert dann also organisierte gruppen benutzer definiert gruppe finden wird muss anmelden 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 annehmen ja da steht da ich weiß nicht was er traut vielleicht lohnt sich auch gar nicht den zu machen aber ist scheißegal jetzt müssen wir nur darauf warten dass die gruppe vollständig wird zwei heiler erreicht auch verbände josen freunde verbände der geht schon drauf ok wenn das mal gut geht mit so wenig mann schon drauf gehen anscheinend er was wohl keine herausforderung zu sein schmeißt mit schneebellen ups deswegen schmeißt er mit schneebellen hihihi explorer schneeplug wird geh weg lass mich in Ruhe dr Du 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 du. Mieze Katze geht's gut. Und was macht der jetzt? Ich will nochmal zum Schneemann verwandelt werden, das war lustig. Ich will nochmal schaden hier. ok wir dürfen nicht werfen schade ich dachte man darf mal den bonus dann nicht halt doch dein blöd für dich mein freund stopp wir machen wir eben hier hat ja wir schon benutzt ich bin nicht so vergesslich ich habe die zwei dinger schon benutzt kann ich mich gar nicht daran erinnern oder ist das nur ein anzeige fehler scheinbar benutzer ok gut was haben wir denn jetzt hier weltquest mäßig diese woche die traumweber die war ja ja und die wächterin traumweber die wächterin gibt es irgendwo loot wird artefakt macht gurburg den klopper das ist ja hier in der nähe direkt ne und da oben haben wir blut von sageras wir machen das wollen was haben wir hier der hochbergstamm die brauchen wir nicht dann machen wir das man weise mir den weg müssen wir dann da runter kann es sein dass wir da runter müssen kann es sein dass wir da runter müssen ne kann nicht sein müssen wir hoch dann links ja ich hoffe wir müssen jetzt nicht ewig lange suchen oder ok hier sollte irgendwo sein da ist er auf ihn ok jetzt krieg ich mir circa zu schaden schneefeder angriff von ihm kriegen wir jetzt ein artefakt macht keine rustung uralte fesseln und ein gold sehr schön ok dann tröte benutzen ist mir nahegelegt worden in den kommentaren benutzt mal deine pfeife du pfeife mach mal der bringt uns nämlich zum nächsten flugmeister ja aber die quest wollen wir jetzt nicht machen was haben wir denn sonst nachher also das stiefel 825 was haben wir denn jetzt für stiefel 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 825 das heißt die könnten ja mit unter besser werden wenn wir denn glück kam dafür müssen wir aber wohin dafür müssen wir aber wohin dann düsen wir mal schnell dahin grüße wo ist denn da da müssen wir hin wie gesagt zwei blöde punkte fehlen uns zwei blöde punkte na 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 das na na da na 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 plöt da na na rosa es war hier rüber somit ihr quatschen beschwert ihr den oder was seid ihr bereit sind wir bereit soll das mal ein besuchen und jetzt kiefer felsjäger getötet 10 also was soll wissen als mietige kürze verkleinert achi ok Okay, komische Quest. Aber egal. Machen wir jetzt. Ihr seid meine Freunde. Der da nicht. Der will uns Böses tun. Freund, was schießt dir auf die Mieze-Katzen? Und du auch. Na komm. Vier Stück noch. Wir können sogar Kirschen an. Wieso kann man nicht Kirschen an? Da oben sind noch ein paar. Da ist noch einer. So, einen noch. Dann haben wir es. Na toll. Sind nicht aufgewertet worden. 825. 825. Das bringt uns also nicht wirklich viel. Oder? Ja. Scheiße. So, kann man wieder rausgehen. Ups. War vielleicht doch keine gute Idee, jetzt hier schon rauszugehen. Gut. Dann, äh. Äh, ja. Ist okay. Okay. Wir bringen uns mal zum Lager, obwohl es direkt da vorne ist. Ist egal. So, mal direkt da. Gut, Kinder. So, wie sagen wir, wir haben hier einen Cut. Wir sind bei 19 Minuten. Äh. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Hier noch immer in die Folge. Siehst. Und sage Tschüss. Bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.